Der BC Traktor Schwerin erkämpfte sich zuletzt in einem spannenden Aufeinandertreffen mit dem MBR Hamm einen weiteren Sieg. Damit steht fest, die Schweriner sind im Finale. Den Meisterschaftskampf darf der Verein ebenfalls ausrichten. Leider fehlt dafür aktuell eine Halle. Die altbekannte Palmberg Arena fällt für den 4. Mai aus. Auch die Mehrzweckhalle in Dorf-Mecklenburg, in der schon zahlreiche Boxabende stattgefunden haben, ist bereits besetzt. Derzeit prüft der Verein, ob in Schwerin noch eine geeignete Halle zur Verfügung steht. Den Heimvorteil will der BC Traktor Schwerin unbedingt nutzen. Die Schweriner Boxer haben bereits viermal in Folge den Meisterschaftstitel für sich erkämpft. Zuletzt war ebenfalls der MBR Hamm ihr Gegner.